Heinz, das kreist schon eine ganze Weile in mir. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Heinz. Ich weiß das wirklich nicht. Das ist eine ganz üble Situation. Ich kann eine Frau mit dem Kind nicht sitzen lassen. Und ich kann sie auch nicht rausschmeißen. Das mache ich auch nicht. Aber ich wollte mit ihr reden, ob wir freundschaftlich verbunden bleiben und ich mich natürlich auch um das Kind kümmere. Aber ich glaube, ich möchte eine Trennung, Heinz. Ich möchte eine Trennung von Katharina. Das ist nicht so, wie das mal war. Heinz, das war meine große Liebe. Ich war Feuer und Flamme. Sie ist alles für mich gewesen. Und das ist alles weg, Heinz. Alles. Das ist alles weg. Das ist alles weg. Ich stehe an Stufe Null. Ich empfinde nichts mehr richtig für sie.